So, heute ist Samstag. Wir sind relativ früh gestartet, kurz vor 9 Uhr, am Moskio Oko Parkplatz und laufen jetzt Richtung 5 Teichetal. Wie man sieht, ist der Anstieg etwas anspruchsvoller, aber ich kann es auch problemlos ohne Stöcke laufen. Also das geht schon. Hier geht es dann gleich weiter hoch. Hier unten liegt zumindest schon mal kein Schnee. Der Rest ist da unten in der Kurve und dann scheint das alles doch hier noch ein ganz schöner Tag zu werden.